Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Ja, Bitcoin bei 28.500 US-Dollar. Wir sind nochmal nach oben hin bullisch ausgebrochen. Trotzdem haben wir weiterhin kein höheres Hoch. Auf den kleineren Zeiteinheiten ja, trotzdem, momentan spricht sogar ein bisschen mehr die Wahrscheinlichkeit für Short. Aber the trend is your friend until the end. Aber, um das gleich mal vorne wegzunehmen, wir haben sehr, sehr bearische News. Ihr habt vielleicht jetzt gerade schon in der Telegram-Gruppe gelesen, denn MicroStrategy hat wieder Bitcoin gekauft und zwar bei 28.000 US-Dollar. Und ihr wisst natürlich, was das heißt. Wir gehen sofort all in short. Wir gehen runter Richtung 10k, damit wir Michael Saylor liquidieren. Nee, Spaß. Aber normalerweise ist das immer so ein Grund. Hier, Eugen, schreibt es gerade schon rein. Shit, zurück auf 27k. Ist normalerweise immer so ein Zeichen dafür, dass wir nochmal short gehen. Warum? Werden wir uns doch jedenfalls im heutigen Video anschauen. Doch bevor wir starten, lasst dem Video wie immer gerne ein Like da. Abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat. Und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe rein. Und wenn ihr Bock habt auf Updates, Signale oder sonstiges, kommt da gerne rein. Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung. Und BingX hat momentan auch eine Einzahlungsaktion. Dort habe ich gestern schon was auf Instagram gepostet. Schaut da gerne vorbei. Also wenn ihr euch noch heute registriert, unter mindestens 100 USDT einzahlt, kriegt ihr schon mal 40 USDT, glaube ich, Bonus. Also schaut da gerne vorbei. Link unten wie immer in der Videobeschreibung. Gut, also Aktion, wisst ihr Bescheid. So, damit Werbung genug gemacht für heute. Wie gesagt, Bitcoin bei 28.500 US-Dollar. Und ihr seht schon hier auf dem 4-Stunden-Chart, wir haben kein höheres Hoch hinbekommen. Die Situation ändert sich, wenn wir hier in den 1-Stunden-Chart gehen. Dort haben wir zumindest mal dieses Hoch hier drüben rausgenommen. Aber so richtig gefällt mir das nicht. Ihr wisst, so 1-Stunden-Chart bin ich nicht wirklich Fan davon. Deswegen 4-Stunden-Timeframe sehen wir okay. Impulsiver Move. Volumen war jetzt aber auch nicht gerade so wirklich der Burner. Im 1-Stunden-Chart ja, aber in 4 Stunden jetzt nicht so krass. Und diese gelbe Linie wird weiter respektiert. Wir schaffen kein höheres Hoch. Das ist erst einmal kein gutes Zeichen. Ihr habt es gerade schon im 1-Stunden-Chart gesehen. Ich zeige euch das nochmal ganz kurz. Durch diesen impulsiven Move haben wir natürlich wieder so ein kleines Void. Das heißt, wir können uns diese Liquidität, die hier unten liegt bei den 28.000 US-Dollar, noch einmal mit einem Retest holen. Weil wir ja hier diesen Downtrend hatten mit Stunden Close. Das heißt, hier nochmal runter 28k. Um dann möglicherweise bullish nach 30k oben hin auszubrechen. Das Ziel bleibt. Es hat sich am Chartverhalten wenig geändert. 30k, 32k ist weiterhin unsere Hürde. Darauf kommt es an. Wir werden auch heute Abend im Livestream um 19 Uhr. Also für alle, die wieder Bock haben, heute Abend 19 Uhr wie immer Livestream. Schauen wir uns natürlich das nochmal im Detail nochmal auf dem Weekly, Daily Chart und sowas an. Und natürlich mit euren Altcoin-Wünschen. Ja, ansonsten, das wäre jetzt so momentan die einzige Long-Option, die ich zumindest jetzt vorübergehend mal sehe. Goldbullish ausgebrochen, nachdem gestern die Stellenangebote deutlich zurückgegangen sind. Auch interessante News. Weil das ist ja genau das, was sie fett sehen will. Sie will einen schwachen Arbeitsmarkt. Sie will im Endeffekt alles, das beschissen läuft für Arbeitnehmer in den USA. Und so langsam scheint sich das Ruder ein bisschen umzudrehen. Wir haben jetzt morgen noch die Arbeitslosenzahlen, die natürlich auch noch Bewegung reinbringen könnten. Und am Freitag, obwohl Feiertag ist, kommen noch die Non-Farm and Payrolls. Das heißt, die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft. Sollten die positiv ausfallen, sehe ich safe die 30k. Und dann, also mit positiv meine ich deutlich schlechter als erwartet, dann sehe ich auch Gold, um mal ganz kurz rüber zu switchen zu Gold, nachdem wir hier ununterbrochen nach oben hin pumpen, 2028 oder 29 US-Dollar, die feinen uns mittlerweile komplett weiter skyrocketing. Ganz ehrlich, wir haben nur noch das Hoch, gehe ich mal ganz kurz in den Daily-Time-Frame, zeige euch das mal ganz kurz. Wir haben nur noch die Hochs hier oben bei den 2070 ungefähr abzugreifen. Das ist auch so die nächste Haltestelle des All-Time-High eben. Und ganz ehrlich, da sehe ich Gold auf kurz oder lang auf jeden Fall. Ein Rücksetzer, klar, wäre nochmal top, wenn wir einfach nochmal in die Region 1980, 1990 zurückkommen. Und dann, gib ihm All-Time-High. Und Bitcoin, im Endeffekt ziemlich das Gleiche. Wir verlaufen hier zumindest ähnlich von der Struktur her. Bitcoin und Gold sehr, sehr gut, dass es parallel nach oben hin läuft und die Märkte dann immer noch so ein bisschen Struggle haben. Aber auch hier eben, gleiches Spiel, Retest. Und dann, gib ihm erstmal 30k. Das ist weiterhin einfach das übergeordnete Ziel. Short würde ich einfach momentan nicht gehen, außer ihr wollt ein bisschen News shorten, wie Michael Saylor jetzt gekauft hat. Wäre ich vorsichtig mit. Wir haben auf den Daily eine Divergenz, auf den kleineren Time-Frames noch nicht wirklich. Downtrend ja, weil wir noch kein höheres Hoch haben. Aber umso länger wir natürlich hier oben konsolidieren und kein Lower Low machen, was wir ja immer noch nicht haben. Ihr seht es hier, der Trend, wie ich es gerade am Anfang gesagt habe, the trend is your friend until the end. Der Trend ist bullisch. Wir bilden in dieser Seitwärtsphase höhere Tiefs. Und uns fehlt einfach noch das höhere Hoch. Aber was meint ihr, wie viel Short-Liquidität sich hier in diesem Bereich jetzt momentan anstaut? Wir haben negatives Funding. Das heißt, der überwiegende Teil ist einfach short gerichtet. Und wenn dieses negative Funding genauso viel Short-Positionen, sag ich mal, in den Markt reinkriegt, dann gibt ihm aber richtig die 30k. Also da werden dann wahrscheinlich eine Menge wieder liquidiert. Der einzige negative Impuls, den ich so ein bisschen sehe, ihr seht es hier, das Volumen komplett tief. Also das heißt, Bitcoin bereitet sich auf den Move vor. Entweder heute oder möglicherweise morgen. Da wissen wir mehr. Ich denke aber, dass entweder heute oder morgen auf jeden Fall der Move passieren wird, weil Freitag eben Feiertag ist. Gut, dann gehen wir rüber zu Ethereum. Hier sieht es deutlich bullischer aus. Wir haben ein neues Higher High gebildet. Wir haben drüber geschlossen, sogar hier über dem Hoch bei 1860. Keine Short-Möglichkeit. Bullischer Close auf H4, auf H1. Also absolut bullisch. Nächster Widerstand liegt hier oben bei den 1.957 US-Dollar. Also hier momentan spricht nichts für Short. Auch wenn wir jetzt hier wieder ein bisschen Konsolidierung haben, bitte nicht reinshorten. Der Markt ist zu bullisch. Und hier haben wir genau das Gegenteil gesehen zu Bitcoin. Auch natürlich absolut kein Volumen im Markt. Und jetzt die letzte Zeit, wo wir hier unten das Golden Pocket gelongt haben. Also wer alles, wer das da unten gelongt hat, hier seht ihr noch das Setup mit den 1,4%. Müsste ordentlich im Plus sein. Macht 50% zu, genießt die Profite und zieht einen Stop-Loss. Langsam so in die Nähe, sage ich jetzt mal 1.800 US-Dollar mindestens. Und dann sind sogar die 2.000 bis 2.030 US-Dollar möglich. Warum? Hier liegen die nächsten Widerstände. 1.960. Das wäre der nächste Step, wo wir ja schon mal drüber gesprochen haben. Und dann diese nächsten Hochs mit Liquidität bei 2.000 US-Dollar. Also ihr seht, grundsätzlich, die Märkte absolut bullisch. Retest bei Ethereum würde ich vielleicht nochmal abwarten für gegebenenfalls nochmal eine Long-Position. Nachdem die da unten so gut läuft, kann man das Risiko gegebenenfalls nochmal eingehen. Shorten. Ganz ehrlich, ich tendiere eher hier auf die 2.000 US-Dollar als hier oben bei den 1.960 Short zu gehen. Muss man dann die Struktur abwarten. Wir können nochmal ganz kurz auf H1 gucken. Also ein stimmenden Timeframe. Erster Push, zweiter Push. Ein dritter könnte uns dann impulsiv über die 2.000 US-Dollar Marke führen. Gut, das war's, würde ich jetzt erstmal sagen, zu Bitcoin und Ethereum. Wir gehen nochmal ganz kurz rüber zu den News. Crypto-Scam, ein Rekordhoch im Jahr 2022, nimmt extrem zu. Und das, obwohl wir immer noch in einem Bärenmarkt sind. Wie gesagt, 32K ist meine Nummer für Bullenmarkt. Und ja, solange gibt es auch weiterhin natürlich immer mehr Crypto-Scams. Und da ist viel, viel unterwegs. Ich habe euch auch schon mal Apex One vorgestellt. Dieses Crypto-AI. Ich habe 100 Mal davor gewarnt. Und ich habe jetzt, um es auch mal so als Info zu sagen, ich habe alles rausgezogen. Nur noch ein paar Gewinne laufen, damit wir hier gar kein Risiko mehr haben. Also für alle, ich habe Invest rausgezogen. Nur noch Profile laufen. Gib ihm von mir aus. Wenn es dann pleite geht, ist es egal. Hoffentlich, aber zieht auf jeden Fall das raus. Ich habe 100 Mal davor gewarnt. Gut, dann würde ich sagen, war es das von meiner Seite. Wie gesagt, heute Abend um 19 Uhr ist dann wieder Livestream. Mit natürlich auch in Altcoin-Wünschen. Mit natürlich Bitcoin, Ethereum und sonstigen Coin-Wünschen, die ihr natürlich habt. Ja, das war es dann von mir. Like da lassen, Abo da lassen. Wie gesagt, gerne BingX abchecken. Die neue Aktion. Link ist unten in der Videobeschreibung. Das war es von mir. Genug Werbung gemacht. Hoffen wir auf einen bundesches Breakout. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer. Stay critical.